Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren Lernen. So, heute wollen wir was ganz ganz wichtiges machen und zwar Sockets. Sockets sind sozusagen das A und O für eine Internetverbindung. Das heißt, euer Programm soll natürlich auch online irgendwelche Funktionen haben können. So was wie eben eine Nutzerregistrierung oder Anmeldung, das muss natürlich irgendwie alles auf einem Server im Internet sein. Ihr könnt ja nicht alle Nutzerdatenbanken zu jedem mitliefern. Und dann kann sich ja niemand mehr registrieren, erstens mal. Und zweitens müsste man da so viele Sicherheitsmechanismen machen, das wäre gar nicht möglich, das abzusichern. Und deswegen hat man sich gedacht, hey Mensch, wir machen sowas wie einen Server. Das heißt, der Server, der läuft bei euch in eurem Rechenzentrum oder ihr könnt auch Server mieten tatsächlich, aber er läuft nicht bei dem Endnutzer. Und der Client, der läuft wiederum bei dem Endnutzer und der macht dann, sendet irgendwelche Daten an eben diesen Server und bekommt Antworten, mit denen er dann arbeitet. Bestes Beispiel dafür sind Webseiten. Der Server, zum Beispiel youtube.com, das ist ein Server, ein Rechner, also oder mehrere Rechner im Fall von YouTube, die dann irgendwo in den USA laufen. Und ihr als Client ruft diese Webseite auf, verbindet euch auf die Webseite und bekommt die Daten von der Webseite wieder zurückgeliefert. Zum Beispiel habt ihr auch die Möglichkeit, euch anzumelden und so weiter und so fort. Und ja, deswegen unterscheidet man hier ganz, ganz wichtig zwischen Server und Client. Und die Verbindung wird über Socket gemacht. Das sind die drei wichtigsten Begriffe heute. So, der Server braucht natürlich als allererstes mal einen Server Socket. Und das ist normalerweise eine Klasse, die euch eben auch in Socket mitgeliefert wird. Ein Server Socket, ähm, Server ist gleich New Server Socket, äh, Socket. Ähm, und der braucht jetzt einen sogenannten Port. Apropos, ähm, Ports und mehr zu den Protokollen hinter Sockets, werden wir, oder tun wir in der Netzwerktechnik-Serie behandeln. Das heißt, schaut euch auf meinem YouTube-Kanal oder wo auch immer um und, ähm, schaut mal, ob ich da vielleicht ein paar interessante Videos für euch habe. Die Sicherheitsaspekte, die behandeln wir in der IT-Sicherheits-Playlist. Das heißt, schaut bitte auch danach. Vor allem bei Socket-Verbindung ist es enorm wichtig, dass ihr wisst, was ihr tut. Ähm, auch bezüglich auf die Sicherheit, damit nicht irgendwie irgendwelche bösen Dinge mit euch passieren können. Wichtig ist immer, dass ihr die Nutzer-Eingaben, also alles, was vom Client kommt, dem wird potenziell misstraut. Als Sicherheitsaspekt meine ich jetzt. Das heißt, ihr müsst immer überprüfen, ob diese Sachen, die der Client geschickt hat, auch wirklich vom Client sind und ob die auch wirklich alle richtig sind. Und ob er auch wirklich das Recht hat, das zu machen. Also zum Beispiel könnte man jetzt da sagen, ähm, der Client kann nur die Nachrichten Hallo und Tschüss schicken. Ähm, und jetzt bei allen anderen Nachrichten stürzt der Server ab, sozusagen, weil er damit nicht umgehen kann. Als drastisches Beispiel. Und dann kann natürlich euer Programm, das ihr ja selber schreibt, kann natürlich so implementiert sein, dass hier nur Hallo und Tschüss kommt. Aber böse Menschen entwickeln dann ein eigenes Programm, finden den Port raus, auf dem der Server-Socket läuft und schicken einfach Edge an euren, an euren Server. Und das muss nicht mal von eurem Client kommen, das kann einfach irgendein sogenannter gespoofter Traffic sein, also gefälschter Traffic und euer Server stürzt ab. Das heißt, immer nachprüfen, was der Client schickt und immer allem misstrauen vom Client. Okay, aber jetzt soll es hier natürlich weitergehen. Der Server-Socket braucht einen Port. Das ist sozusagen ein Briefkasten, ähnlich wie beim Aktor- und Message-Passing-System, was wir schon besprochen hatten im Multi-Threading-Bereich. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit zu sagen, welchen Briefkasten wir sozusagen benutzen wollen. Achtung, die Briefkästen sind wirklich für alle Programme von eurem System im Endeffekt gedacht. Das bedeutet, wenn ihr hier irgendwie einen Port eingebt, der von einem anderen Programm benutzt wird, also zum Beispiel Port 80 oder Port 443, wird von Webseiten benutzt oder für Webseiten benutzt, da müsst ihr immer vorsichtig sein, welchen Port ihr hier benutzt. Ja, aber meistens kommt es dann trotzdem an, aber man sollte irgendwie Ports benutzen, die noch nicht in Belegung sind. Also zum Beispiel in unserem Fall, wir werden jetzt hier 1, 2, 3, 4 benutzen. Und ja, jetzt haben wir hier einen Server-Socket erstellt. Jetzt muss natürlich der noch irgendwie laufen. Und was dann im Endeffekt passiert ist, man schreibt sich normalerweise eine while true. Das heißt, while true und jetzt wollen wir hier zum Beispiel, solange eben war, also für immer sozusagen, wollen wir jetzt hier Client-Verbindungen akzeptieren. Das heißt, sowas wie, wir erstellen uns hier einen Socket. Ihr könnt natürlich das Ganze auch als Liste generieren. Wir erstellen uns hier einen Socket, das ist der Client. Und der wird über den Socket, äh, den Server hier akzeptiert. Das heißt, der Server wartet auf eine einkommende Verbindung. Der läuft die ganze Zeit durch und wartet, möchte sich gerade jemand verbinden, möchte sich jemand verbinden, möchte, möchte, möchte und so weiter und so fort. Die ganze Zeit. Das heißt, server.accept. Achtung, euer Programm läuft nicht weiter, während server.accept wartet. Das heißt, wenn keine Client-Verbindung ankommt, das heißt, wenn sich einfach niemand auf euren Server verbinden möchte, dann wartet dieser Server-Socket so lange, bis wirklich einer kommt. Das heißt, alles andere bleibt liegen. Hier ist jetzt auch wieder Multifreading wichtig. Wenn ihr noch irgendwie mehrere Sockets hier nebenher behandeln wollt, dann müsst ihr das in einem neuen Thread laufen lassen. Also ihr müsst dann sozusagen für jede Socket-Verbindung hier einen neuen Thread erstellen. So, wundervoll. Jetzt können wir hier zum Beispiel dann irgendeine Funktion aufrufen für unseren Client. Das heißt, wir sagen hier, meine Funktion von Client. Und ja, wobei wir machen jetzt hier eine Mini-Funktion rein, aber normalerweise würdet ihr das, wie gesagt, in eigenen Threads auslagern und ihr würdet noch mehr damit machen natürlich. So, was wir jetzt hier machen wollen, achso, ganz am Ende, wenn wir fertig sind, ist auch noch wichtig, dass wir den Client-Socket wieder schließen, damit die Verbindung geschlossen wird und eben kein irgendwie Speicherplatz für diese Clients hier verbraucht wird, denn ansonsten habt ihr irgendwann nicht mehr genug Speicher. Wenn ihr eine Milliarde Clients bedienen müsst, dann ist halt euer PC einfach mal irgendwann voll. Okay, so, wenn wir jetzt also hier dann die Verbindung bekommen haben, das heißt, Client ist tatsächlich verfügbar, dann können wir zum Beispiel einfach lesen, was unser Client schreibt. Das können wir machen mit Client. Client. Ups, na, warum tippe ich denn wieder nicht? Client.receive. So, und jetzt können wir hier natürlich wie bei einer Datei, einer ganz normalen Datei auch angeben, wie viel wir empfangen wollen, also wie viel Byte wollen wir hier empfangen. Im Normalfall würden wir einfach so lange empfangen, ähm, bis wir, wobei nein, ich glaube, man muss immer angeben, wie viel man empfangen möchte. Also sagen wir zum Beispiel einfach mal, wir wollen 1024 Byte haben und das heißt, wir warten einfach, bis diese 1024 Byte ankommen und können dann irgendwas mit denen machen. Und dann können wir zum Beispiel hierher gehen und sagen, wir wollen das vielleicht ausgeben, ähm, was dann, ja, wir sagen einfach hier, wir wollen das Ganze ausgeben, äh, Print davon, von, ups, weil normalerweise, wie gesagt, haben wir ja hier einen String, der dann rauskommt. Achtung, das ist wirklich jetzt nur Pseudocode hier, in manchen Fällen ist es noch schwieriger, man muss Exceptions fangen, man muss vielleicht auch mit Fehlern umgehen können, alles, das ist sozusagen nur das Grundkonzept. Ähm, aber ja, so funktioniert es dann im Endeffekt. Okay, der Client wird jetzt hier nicht logischerweise als Server Socket erstellt, denn der Server Socket, der akzeptiert bloß einkommende Verbindung. Der Client möchte Verbindung aufbauen, das heißt, er von sich aus verbindet sich auf einen Server. Also zum Beispiel hier, ähm, neuer Socket, äh, Client ist gleich New Socket, ups, Socket, und ja, jetzt brauchen wir hier beim Client ein bisschen mehr. Wir brauchen nämlich zum Beispiel erstmal natürlich den Port wieder, das wäre, muss derselbe Port sein, Achtung, wenn der Briefkasten der falsche ist, dann werft ihr es sozusagen beim Nachbarn ein und der kann damit nichts anfangen, ähm, ähm, aber ganz, ganz wichtig ist auch trotzdem, dass wir hier den, ähm, den Socket irgendwie verbinden müssen. Der muss wissen, wo er hin möchte. Das heißt, er muss auch wissen, wie die IP-Adresse oder wie die Adresse generell von eurem Client ist. Ihr könnt im Prinzip wieder das Postbeispiel ranholen. Der Postbote muss wissen, wo er einen Brief einschmeißen muss und das ist sozusagen euer Internetverbindungspostbote, dieser Socket hier. Und das heißt, hier muss man angeben, wo man hin möchte. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Local Host ist, wenn der Server bei euch lokal auf eurem Rechner gehostet wird. Das ist aber bei normalen Programmen eher recht selten der Fall. Normalerweise möchte man immer, dass man sich auf eine IP-Adresse verbindet. Jetzt geht es schon in Richtung wirklich Netzwerktechnik. Da würde ich euch dann wirklich bitten, wenn ihr mehr über IP-Adressen erfahren wollt, schaut euch diese Serie an. In meinem Fall kann man jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte auf meinen Server verbinden. Ich habe auch eine Webseite. 84.200.109.112. So, und das würde jetzt sozusagen auf meinen Web-Server verbinden. Klar, den kann man auch anders erreichen mit theminusmorpheus.de. Aber das ist normalerweise nicht das, was hier gefragt wird. Normalerweise wird hier meistens, klar, man kann es auch anders machen. Es gibt Programme oder Programmiersprachen, die euch dann aus theminusmorpheus.de dann wieder diese Adresse rausholen, aber die Adresse kennt ihr normalerweise als Entwickler sowieso. Deswegen, ja, kann man sie auch einmal hier eingeben. Und dann der Port ist auch sehr, sehr wichtig, deswegen muss man hier auch den Port angeben. So, und jetzt weiß der Socket, auf was er sich verbinden muss. Das heißt, er weiß, wo er seine Daten hinschicken muss. Und jetzt können wir anfangen und Daten tatsächlich schicken. Das heißt, wir bauen uns hier ein, zum Beispiel, client.send. Und jetzt kann man hier sagen, was man senden möchte. Zum Beispiel eben ein String. Achtung, meistens oder oftmals wird das Ganze hier noch enkodiert. Das heißt, irgendwie in Bytes umgewandelt. Das ist dann wirklich von Programmiersprache zu Programmiersprache unterschiedlich. Manche akzeptieren Strings. Manche brauchen hier ByteStream. Ja, also ist in etwa so wie bei Dateien auch. Aber ja, da müsst ihr dann wirklich, das ist wirklich Programmiersprachen abhängig. Da kann ich jetzt nicht hier weiter drauf eingehen. Sorry. Okay, und dann sagen wir jetzt hier einfach mal client.send. Hallo Welt. So, und was dann eben jetzt passiert ist, der Benutzer führt auf seinem, Achso, Achtung, hier wieder client.close. Ähm, so was, nein, was ist denn mit dem M jetzt? Okay, ähm, client.close, damit der, damit die Verbindung wieder geschlossen wird und das Programm ordnungsgemäß beendet wird. So, was jetzt passiert ist, das hier wird auf dem Benutzer-PC ausgeführt. Der verbindet sich auf den schon laufenden Server. Der muss auf eurem Server ausgeführt werden. Es gibt auch von mir eine Tutorial-Reihe zum Server einrichten. Ja, heute verweise ich euch wirklich an viele andere Dinge. Ähm, da lernt ihr dann, wie ihr so einen Server mieten und einrichten könnt. Ähm, genau, Server Socket hier erstellt, ganz normal. Und jetzt kann man hierher gehen und sagen, okay, ich warte auf Client-Verbindung und wenn der Client jetzt ausgeführt wird, dann verbindet er sich hierher. Dieses Accept wird ausgelöst. Das heißt, wir haben hier einen richtigen Client und warten nicht mehr. Und dann wird eben das ausgegeben, was der Client geschickt hat. Das wäre in unserem Fall das hier. Und dann werden hier wieder der Client geschlossen. Der Server darf nicht geschlossen werden, sonst wird danach keine Verbindung mehr akzeptiert. Und der Client wird hier unten auch geschlossen. Das heißt, das hier läuft auf einem völlig anderen Rechner als das hier oben. Das ist das Allerwichtigste in diesem Video, dass ihr das verstanden habt. Okay, und ja, wie gesagt, in der Praxis leider noch viel mehr mit Exceptions Handling, ähm, mit Encodierung von diesen Dingern hier. Hier werden Bytes geschickt und empfangen. Also normalerweise nicht unbedingt Strings, sondern wirklich Bytes. Ähm, deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Okay, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.